hallo leute schön dass ihr beim nächsten video dabei seid und ich habe heute mal wieder hier eine katze aus china die ist sehr flauschig und weich muss ich sagen also gute qualität in diesem fall auch ganz gut genährt also alles in ordnung soweit und auch nicht irgendwie angriffslustig sondern eher schmusig also da kann man nur sagen hut ab die chinesen werden immer besser okay was bauen wir heute wir bauen heute wir haben eine tüte das heißt sozusagen ein set aus china ohne karton und ich hole mal ein teil hervor damit ihr wisst worum es geht nämlich hier ein reifen in chrom silber oder metallik oder wie auch immer man das nennen mag und zwar ist das ein multking set nämlich der multking 13 129 mit 1072 teilen der porsche gt3 rs supercar in orange ich bin gespannt drauf dicke anleitung yxmk.com wenn jemand auf die multking seite möchte wir haben hier ein paar aufkleber anscheinend wie ihr seht und haben 285 bauschritte das ist ziemlich viel für 1000 teile muss ich sagen aber gut wenn multking sich inzwischen so verhält wie lego und immer nur zwei drei teile verbaut dann ist das natürlich auch klar so sieht es hier aus und wir haben ja wohl auch bau abschnitte würde ich denken ja sechs stück eine zahl hier sind die aufkleber gar nicht mal so wenig und ja das sind dann hier diese seitenteile das hier das dass da hinten drauf das sind die aufkleber gut legen wir über seite ich würde dann gleich die tüten verteilen einmal von bau abschnitt eins alles sollstieren anfangen zu bauen und dann sehen wir uns mit den ersten bauergebnissen wieder und ja amie genießt hier noch die verdeckt immer noch die sicht auf die tüte na amie bist du verliebt in dann china set oder findest du setz im karton besser karton oder tüte habt ihr eine reaktion bemerkt ich nicht okay dann bis später und wir sehen uns so wir haben die ersten zehn schritte gebaut aber ich glaube bei dem paar teilen pro schritt muss ich nicht so oft oder bräuchte brechen weil wenn ich dann hätte ich 28 unterbrechen das wäre ein bisschen viel bei 285 schritten aber ich wollte euch einmal so die grundplatte zeigen die größe des fahrzeugs ist noch leicht durchgebogen aber das wird ja überbaut dann wird das gerade das war eigentlich fest bei allen fahrzeugen so von unten sieht das so aus und dann eben von oben so da kommen jetzt noch ein paar teile hier und hier drauf und dann fangen wir langsam an ein bisschen zu überbauen werden vier tüten im ersten bau abschnitt ist wieder alles so hier wie man das kennt in so einzeltüten die man auch gut weiter verwenden kann zimmerbeutel verpackt und ja das ist immer gut beim multking muss ich ganz ehrlich sagen und dann würde ich jetzt mal sagen mache ich weiter mit schritt 11 und dann melde ich mich erst wieder wenn mal ein bisschen was passiert ist so jetzt habe ich den ganzen bau abschnitt 1 zu ende gebaut bis schritt 54 aber irgendwie sind da so viele teile pro schritt dass man das auch jetzt so zeigen kann also so sieht er jetzt aus das verbaut sind eins und ja wieder sehr stabil alles wir haben hier hinten schon eine achse eingebracht hier mit diesen technik vierecken oder ich weiß gar nicht wie man die nennt aber dann haben wir hier über fließt hier an den seiten schon so ein bisschen was angebaut hier dann hier die mittelkonsole mit dem so hier wird so ein klappmechanismus unten der gang schaltung und hier das lenkrad das ist höhen verstellbar und da sind dann noch zwei instrumenten tafeln das sind aufkleber die drei sachen hier hier sind nirgendwo aufkleber drauf hier unten haben wir gaspedal und kupplung und bremse und hier haben wir vorgesehen wahrscheinlich für die scheibe zum einbringen dass sie dann nachher runter geklappt werden kann und ja von der seite sieht der fußraum ein bisschen anders aus da sind dann keine pedalen aber wir haben ja auch schon vorgesehen denke ich mal für die sitze alles anzubringen das kommt denke ich mal in bau abschnitt 2 und bisher macht der bau wieder richtig viel spaß wie schon bei den anderen multkind fahrzeugen und dann würde ich jetzt auch weitermachen so wir haben jetzt in bau abschnitt 2 noch nicht wirklich sehr weit gebaut aber wir haben die beiden sitze hier fertig gebaut und ja die sind so hier mit dem gelenk hier ein bisschen verstärkt sitzfläche unten lehne beide gleich und die können wir jetzt zusammen reinsetzen und gucken wir mal amy hat wieder ein paar haare hinterlassen so der kommt hier drauf so und der zweite kommt hier drauf so dann haben wir die beiden sitze drin ich würde mal sagen die sollen mit dem vorderen noppen dahin wenn nicht dann können wir das ja immer noch verbessern wenn die beide nach vorne sollen aber ich glaube es sieht von der anleitung so aus dass sie dahin sollen und dann haben wir wieder einen schritt mehr geschafft und ich mache mit schritt 65 weiter bei 64 war das raufpacken der sitze und dann bis später so ich habe ein stück weiter gebaut und ja wir haben hier jetzt diese scheibe angebracht an diese gelenke dass wir sie schräg stellen können also die scheibe ist nicht drin also die säulen und hier vorne also die umrahmung eigentlich nur und da kommt dann auch keine scheibe rein dann haben wir schon mal ein bisschen vorbereitet die nächste achse die kommt dann so rein und so und hier kommen noch die gelben drauf das hätte man ja vorher tun sollen und dann kommt die achse hier vorne hin da und da und damit das dann ein bisschen fester ist machen wir auch noch hier jeweils ein gelben auf beiden seiten von diesen achsstoppern drauf ok und dann haben wir auf die vorderachse dran hinterachse und man sieht langsam dass es ein autowert ne würde ich mal so sagen wir machen weiter mit schritt 78 weil das ran setzen war jetzt 77 und dann bis später ok wir haben beschritt 90 weiter gebaut und wie ihr seht haben wir hier im vorderen teil einiges gebaut da haben wir jetzt hier die achse die wir eben letztes mal angebaut haben komplett einmal zugebaut hier noch alles höher gebaut so dass sie richtig eingeschlossen ist dann haben wir hier vorne auch noch weiter gebaut hier sozusagen den vorderen stoßdämpfer angebaut oder stoßfänger nicht dämpfer und haben den dann hier über diese abgerundeten technik teilte dann hier mit dem hinteren teil verbunden hier sind gelänge drin so dass hier eine schöne abgeschrägte form entstanden ist ja wir machen dann weiter mit schritt 91 und ich denke mal jetzt brauche ich bauaufschnitt 2 zu ende und dann sehen wir uns dann wieder und jetzt kommt auch Amy gerade wieder an wie ihr seht heute ist sie sehr affin hier zu liegen und legt sich überhaupt nicht schlafen wie sie das sonst macht also mache ich jetzt mal weiter so bauabschnitt 2 ist fertig wir sind in schritt 124 angekommen und so jetzt gucken wir uns einmal an was wir gemacht haben wir haben hier vorne diese ganze front jetzt gebaut hier haben wir noch jeweils zwei aufliebe auf jede seite hochgeklebt speed racing und haben hier noch ein bisschen verbaut aber eben hauptsächlich diese front hier die teile sind so ein bisschen beweglich hier die hier kann man auch rufen runter klappen aber wenn nur wenn ich das zur seite macht dann kann ich sie hochklappen weil die auf dem gelenk sind aber dadurch besteht eben die möglichkeit sie runter zu klappen dass sie einzuklappen hier sind dann durchsichtige transparente teile drin als lampen oder scheinwerfer das hier ist auch klappbar wie ihr seht aber das soll auch runter und dadurch kriegt das dann recht coole form finde ich muss ich ganz ehrlich sagen ja also bösen blick ne ja wir haben jetzt extra verpackt gehabt hier diese ganzen chromteile hier gut warum jetzt die schwarzen drin sind weiß ich nicht aber die chromteile die hatten sie extra verpackt obwohl hier auch eins drin liegt was nicht extra verpackt ist und da ist nur ja außenrum chrom ich hoffe das ist so gewollt gucken wir mal gut ich mache weiter mit bauabschnitt 3 und schritt 125 und dann bis später so wir haben bis schritt 137 gebaut und haben die motorhaube zusammengebaut hier haben wir ein aufkleber auch wieder über ein stein rüber ein viermal einer brick die wäre biegbar aber sie gehört dann so damit sie diese leicht abgeschrägte form bekommt so sieht das von unten aus und diese beiden sachen die kommen jetzt im grunde genommen hier so da kommt sie rauf müssen wir nochmal die richtige stelle treffen so und so und dann können wir sie runterklappen na ok gut dann ist die taube so jetzt erstmal drauf was da jetzt noch neben kommt und wie sie dann wirklich zum schluss sitzt das muss ich dann zeigen aber wir sind wieder einen schritt weiter gekommen und jetzt bauen wir glaube ich die kotflügel hier zusammen denke ich mal ist meine vermutung und ja damit mache ich jetzt weiter und ja macht weiterhin sehr viel spaß qualität der steine wie immer super bei Mold King da gibt es nichts zu meckern Aufkleber seht ihr haben wir jetzt ein paar verklebt aber noch lange nicht alle ja weiter geht's wir haben Bauabschnitt 3 fertig gebaut aber ich mache jetzt mit euch zusammen noch die Reste aber erstmal zeige ich was jetzt dazu gekommen ist da ist einmal hier dieser Teil dazu gekommen hier mit dieser Halterung auf jeder Seite da kommen die Türen denke ich mal dann dran außerdem haben wir dieses Teil hier gebaut und dann an die Stange hier mit einer C-Clam ran geklickt und das auf beiden Seiten so dass das hier jetzt richtig hier eingepasst ist das ist also sehr gut getroffen finde ich und jetzt haben wir die beiden ja kotflügel mit den Lampen dran mit den Scheinwerfern dran gebaut so sehen die von unten aus und die kommen jetzt im Grunde genommen ich muss mal einmal nochmal zurückblättern damit ich genau sehen kann ob die das zeigen ne da ist dann einfach logisch die kommen hier so ja müssen wir den wahrscheinlich oder ne also wartet mal den erstmal wegklappen dass wir hier unterkommen und dann kommen die hier drauf haben hier vorne keine Verbindung sitzen aber an insgesamt ja hier sechs Noppen die sind ziemlich fest also wie ihr seht ich kann das daran hochheben und den gleichen machen wir jetzt hier spiegelverkehrt nochmal daran hoch jetzt ist die übrigens hier äh das stört also nicht dass da kein Chrom dran ist weil das ist die Rückseite dann müssen wir den mal wieder nach festmachen so okay und damit haben wir Bauabschnitt Nummer drei fertig ja das finde ich ist sehr gut hier ineinander eingepasst alles also schon genial mal wieder macht richtig Spaß übrigens die Chromteile die in der Tüle drei lagen hier die ich euch gezeigt habe die haben wir noch nicht verbaut die kommen wohl erst später die lagen da anscheinend einfach nur mit drin so wir machen jetzt im Bauabschnitt sechs ähm ja Quatsch vier weiter ähm na und das ist dann Abschritt 176 und dann bis später so wir haben bis Schritt 202 gebaut und haben jetzt die beiden Türen gebaut da sind wieder jeweils zwei Aufkleber drauf hier unten GT3 911 und hier Max ähm ja meine Brille ist einfach nicht mehr so gut gut die kommen hier jeweils jetzt rein achso von drin sehen sie so aus haben hier eine rote Lampe irgendwelche anderen Dinger hier ja zum Tür öffnen das Ding und dann können die hier mit drei C-Clamms hier zwischengeschoben werden so mal sehen ob das jetzt klappt ohne dass alles auseinander fällt ja das ist einfach sehr stabil und die andere Seite so na da muss ja erstmal zwischen kommen das ist ja ziemlich passgenau sag ich mal so gut und damit sind die beiden Türen drin huch wo ist der Außenspiegel geblieben habe ich den noch nicht angebaut ach den habe ich noch gar nicht angebaut ja dafür brauchen wir noch ein zwei Teile sowas den habe ich vergessen das das und einen durchsichtigen machen wir gleich noch dann einmal hier drauf und so okay dann haben wir hier den Außenspiegel und der kommt hier dran so und damit haben wir die beiden Türen dran ich mache weiter mit Schritt 204 weil das Anbaut und Türen war Schritt 203 und ja dann bis später würde ich sagen so wir haben bis Schritt 219 gebaut Amy hat sich wieder zu uns gesellt hier da ist sie na Amy aber kommen wir zu dem was wir bisher gebaut haben in den letzten Schritten so und zwar haben wir uns hier auf den hinteren Teil konzentriert wir haben einmal hier das eingepasst dass das mit der Tür wieder ungefähr abschließt auf beiden Seiten und dann haben wir hier alles gebaut hier die die paar Chromteile die vorhin im letzten Schritt eigentlich schon waren eingebaut das hier dann hier mit schwarzen zugemacht auf der Seite hier rüber gebaut und das geht jetzt hier an der Stelle alles weiter so dass wir dann auch das Heck komplett fertig kriegen ich weiß nicht ob das in diesem Bauabschnitt wird das noch nichts werden bin ich der Meinung so vom Aussehen her der Teile die ich noch habe aber wir werden ja sehen wie weit wir dann sind nachdem Bauabschnitt 4 fertig ist und das würde ich jetzt auch tun und dann sehen wir uns gleich wieder wenn wir damit durch sind würde ich sagen okay wir haben Bauabschnitt 4 fertig und wie ihr seht haben wir jetzt hier die hinteren Kotflügel fertig gemacht also schön ausgebaut hier und dann hier oben auch schon mit diesen ja Hund Fliesen sag ich mal so überbaut auf beiden Seiten so dass das richtig schön schnittig jetzt schon ist das Auto hier die Lufteinlässe und ja jetzt geht es im Bauabschnitt 6 weiter da bauen wir jetzt hinten alles fertig das ganze Heck und in Bauabschnitt 5 Entschuldigung da sind auch nur noch zwei Tüten wir haben immer noch Chromteile übrig zwei Stück aus Bauabschnitt 2 war das glaube ich und ja macht weiterhin viel Spaß Teile sind super ja wie man es vermutlich gewohnt ist man kann einfach nichts meckern das ist einfach eine super Qualität und ich mache dann jetzt mal weiter bis dann so Leute wir haben gebaut bis Schritt 268 aber wir haben noch nichts angebaut also ich habe hier einmal dieses Dach hier fertig gebaut und das Heckteil und hier seht ihr die Chromteile aber die sind hier einfach nur grau nicht verchromt weil die sind von anderen Seite verchromt wie ihr seht und man soll sie eigentlich mit dem Chromseite nach vorne ranstecken aber da halten die null null Klemmkraft aber mit dem Chrom eben haben sie Klemmkraft weil das natürlich ein bisschen schmaler ist das ist ein bisschen schade aber lässt sich jetzt erstmal gerade ohne weitere Hilfsmittel nicht ändern so das Teil kommt hier jetzt einfach von hinten also so sieht das von hinten aus da haben wir dann hier oben noch Lampen angebracht da ein Aufkleber wieder Max Power so das kommt hier hinten dran einmal festdrücken so super und jetzt haben wir noch das ja hinter Heck Teil da gebaut und pop pop na komm das soll das soll jetzt hier mit warum eigentlich hier so ein Teil drin ist weiß ich nicht also hier so eine Gelenkaufnahme aber hier sind zwei und die sollten im Grunde genommen in die Aufnahmen passen jetzt müssen wir mal gucken dass ich da die richtigen Stellen finde so und damit ist das drin dann können wir hier die jetzt ausrichten und dann kommt das hier richtig schön ziehe ich das auf und setze bombenfest warum da jetzt so eine Aufnahme ist keine Ahnung aber jetzt habe ich guckt die halten sogar noch nicht mal mit der Chromseite hundertprozentig also das ist da hilft wahrscheinlich ja wenn man sie richtig rum haben will nur Kleber gut oder ein Stück Papier unter und dann damit festklemmen Bauabschnitt 6 hat nur noch eine Tüte die machen wir jetzt noch fertig dann kommen noch die Räder dran und dann sehen wir uns irgendwann wieder ich weiß noch nicht ob ich unterbreche oder erstmal alles fertig baue wir schauen mal bis später und wir sind im Grunde genommen fertig aber jetzt bauen wir noch hier diesen Heck Spoiler Teil an und wir haben drei Aufkleber übrig und die werde ich wohl nicht aufkleben weil die werden hier an der Seite über mehrere Steine gebaut und hier vorne auch über mehrere rüber das ist einmal hier dieses Max Power und hier nochmal Power K an der Seite ich glaube die erspare ich mir weil über mehrere Fliesen rüber finde ich mal blöd weil dann kann ich es nicht wieder aus anderen nehmen wir benutzen hier übrigens nicht diese Chromseite sondern die und da wurden so schwarze Felgen noch rüber gesetzt so das werden dann die Reifen aber erstmal kommen wir zu diesem Teil hier das soll jetzt muss ich einmal kurz gucken genau da jeweils hier auf die beiden da drauf schon wieder ein Auspuffrohr in der Hand das ist echt also das sind die einzigen Teile die keine Klemmkraft haben so okay jetzt sieht das so aus hier und jetzt haben wir noch zwei einmal Vierer Fliesen und die sollen wir dann hier abschließend draufpacken und die halten das dann nochmal extra fest so und wir sind fertig im Grunde mit der gesamten Karosserie jetzt kommen noch die Reifen dran die halten hoffentlich so eins zwei drei und vier und damit ist er fertig wenn ich schon wieder eins von den Auspuffen abgeheine hat der Auspuff abgefallen wäre gut wir haben ein paar Teile übrig aber minimal und so sieht er jetzt aus und wie ihr seht hier zum Abschluss kommen dann hier nämlich hier die Aufkleber drauf da über mehrere Fliesen das finde ich dann etwas blöd gut super hat tierisch Spaß gemacht er rollt gut sieht cool aus ja wie ihr seht schon wieder man kann ihn da hinten nicht angreifen so nochmal hier zum reingucken gefällt mir hier hinten haben wir übrigens noch die restlichen Aufkleber Muldking drauf gemacht als Werbung aber schick schick also hat Muldking echt gut gemacht finde ich oder wer auch immer das Link entworfen hat ja super das war es im Grunde genommen ich hoffe euch hat es gefallen über einen Daumen hoch oder auch ein Abo wenn ihr mich noch nicht abonniert habt oder auch einen Kommentar wie ihr ihn findet na man ey und würde ich mich freuen ja jetzt würden ja eigentlich die Fotos kommen aber da kurze Erklärung also ich habe festgestellt in den Analysen von YouTube dass meine Videos komplett einbrechen wenn die Fotos losgehen also wirklich da nehmen die Zuschauerzahlen um das Fünffache ab also insofern habe ich das Gefühl die Fotos mit Musik unterlegt interessieren die wenigsten insofern mache ich jetzt blende ich hier mal so eine kleine Collage ein und ich weiß darauf hin dass unten in der Videobeschreibung ein Link ist da könnte ich euch die Details Fotos angucken und ja also das probiere ich jetzt mal aus wenn euch das wirklich stört dass die Fotos plötzlich fehlen könnt ihr ja nochmal reinschreiben aber es wundert mich eben wirklich oder es zeigt sich dass eben die meisten abschalten in dem Moment wo die Fotos kommen und beachtet bitte auch einfach mal jetzt noch hier meine weiteren Videos und teilt gerne auch dieses Video irgendwo hin wenn euch das alles so gefallen hat und dann sehen wir uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder oder klickt einfach auf eins von diesen Auswahl Videos bis dann